Ich glaube, etwas am coolsten bei uns generell ist das ganze Team. Der Zusammenhalt, den wir haben, sind alles junge Leute mit ähnlichen Interessen, mit einem ähnlichen Groove insgesamt. Das ist eine sehr lockere, unzwungene Atmosphäre bei uns. Wenn man Ambitionen hat, dann wird das sehr schnell auch entdeckt und gesehen und es wird dann auch gefördert. Vor WebRepublic habe ich Medienwissenschaften studiert an der Uni Zürich, habe aber dann direkt als Praktikant während des Studiums schon angefangen bei WebRepublic zu arbeiten. Ich leite das Display-Team. Wir beschäftigen uns mit Branding-Kampagnen im Bereich Display- und Video-Advertising und arbeiten mit vielen nationalen und internationalen Kunden zusammen. Unser Ziel ist, dass wir Display- und Video-Kampagnen messbar machen, dass wir sie optimierbar machen und dass wir einen möglichst grossen Impact haben für unsere Kunden. Ich bin Joel Mayer, ich bin Director Programmatic Advertising und ich arbeite mit dem Display-Team zusammen. 2 3 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020